hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel über neppel und tosse fashion heute mache ich mal die besten hoodies für den herbst schreitlich winter bestellt euch mal die hoodies vor es sind ganz viele ich habe ein paar inspiration videos gesehen ich gebe es zu, Jan, du hast ein cooles video darüber gemacht BAP Dario, alle möglichen, haben coole videos darüber gemacht als erstes kann man sich natürlich von den typischen streetwear markt sachen resale holen, gegen alten lowlight studios hoodies, love scars, elevate coole pullies was so weiß mit rosa eine richtig krasse empfehlung ist peso wars, die haben ja diesen heavy purple hoodie von mastirol, ist teuer für clean hoodie aber einfach diese quali ist wahrscheinlich sehr gut und diese linienfarbe ist richtig cool, die haben ja auch einmal so weiß, braun äh weiß-grauen, den fahre ich nicht so, dann haben die auch noch dawn hoodie für 80 euro black hoodie, also peso wars dicke dicke empfehlung geht raus, dann noch ein weekday oversize kaputzen pullover, so norscht, das finde ich richtig cool da ist vorne so ein hund drauf, wird ne hund in lila, finde ich ist eigentlich ein ganz cooles design, hinten ganz plain, also feier ich persönlich sehr, die munik der hat natürlich auch basics, die sind ein bisschen günstiger sind für und riss offen hoodie, ist halt doch nicht fair, muss man sich selbst, vor allem ob man damit einverstanden ist, die linie hoodies sind schwarz, in blau, grau, alles mögliche, pürpel, dann habe ich auch noch ne, etwas toro hoodie, ein misbehave hoodie, misbehave kennt ihr, dieses hoodie hat auch papa blotter sich mal bestellt im unboxing, was weiß ich, auf jeden fall der hoodie ist richtig cool, heizt nehme ich rein, so die schwarz, dieser schnitt, ja das ist ein cooler pulley, dann gibt es noch waff hoodie, waff ist kostet ein hoodie 170 euro, die hat auch patrick spector glaube ich, dieser hier ist so im grün, fahre ich mit diesen armen, diesem vintage look, diesen waff oben auch, ist schon cool, hinten am nacken, ist auch noch so waff patch, waff hat immer so ein patch hinten, dann habe ich auch noch bei outside gold, weiß nicht ob die zweite safe ist, aber ich glaube schon, nike lab essential hoodie, die sind ja sonst überall ausverkauft, aber hier gibt es die noch, diese nike lab hoodies, hier gibt es den grau, diesen weißen nike, nike lab hat auch für verbessere quali, ein bisschen oversized fit, dann gibt es noch schwarz, richtig cool, diese bände da oben, feiere ich nicht so, aber die kann man hier raus machen, wenn man sie theoretisch, dann habe ich bei karts 99 euro gefunden, ist so mittelpreis in schwarz, vorne blaue card, über die brust geschrieben, und dann noch ein logo, das kenne ich nicht ganz, da stehen work and progress since 1889, wo die blau gehalten, ganz schlicht, feuerlich, dann gibt es auch noch so ein gutiger rot, schwarz und helios, weiß nicht wie man die farbe nennt, der hat oben so ein kreis, das sieht aus wie das bmw logo so ein bisschen, also ich finde das sieht so ähnlich aus, da steht dann sehr drin, das als card logo gemacht, dann als nächstes habe ich noch eternity, vitality, vitality ist eine marke, ist sehr zwiegespalten in der vital community szene, ich persönlich finde die jetzt nicht hundertprozentig so gut, und der ist washed red, roten pulli, der hat in der mitte so diese naht drüber, das feiere ich halt, sind die sehr innovativ, drop shoulder fit in der mitte, eternity in weiß stehen, 450 gsm, made in europa, also ist richtig gut, das habe ich noch bei oben Outfitters, aber der ist trotzdem richtig, richtig krass, gibt es in xs nicht mehr, aber der ist krass, der steht live, go, i goes i know, das ist die yin yin yang logo, bisschen so vintage gehalten, mit kritzelmuster, grafik vorne und auch mehr, richtig cool, 29 euro, alle sachen sind natürlich auch unten, in der video schon auch linkt, dann gibt es noch bei oben Outfitters ein pulli, Atmosphere, das ist halt so korallenblau, richtig cool, aber auch ein bisschen Wind, scheinbar man sieht den Arzt, feiere ich ja heute vorne, bisschen so auf Travis Scott, Mörd angelehnt, so eine Welt und Atmosphere, so, er hat drüber geschrieben, das Ehe steht am Ärmel, das ad oben, sind noch so Sterne und so, der pulli ist richtig cool, aber leider nicht, vielleicht kommt er hier mal wieder nach, dann habe ich nochmal Basics gefunden, also Basics gehen immer, habe ich hier auch an, Basics gehen einfach immer, bei Statement Glow, gibt es Basics, relativ günstig, für 35 euro, wie Sand, Mint, Purple, Dark Blue, Brown, Green White, dann gibt es auch noch T-Shirt, alles, und dann als letzten Hoodie habe ich für 65 euro, bei Bohuman habe ich auch zwei Hemden, die ich mit in Urlaub nehme natürlich, der pulli ist von 50 euro runtergesetzt, auf 25 euro, ist ein richtiger Schnapper, im Braun, Los Angeles über die Brust, dann seid ihr so flammen, den USA Patch, so braun clean gehalten, XS und XL sind auch verkauft, ich feiere den Pulli, trotzdem, er ist schon ein cooler Hoodie, tut mir leid, dass das Video nicht so krass geschnitten ist, nicht so lange geht, muss halt vor produzieren, Vlogs werden auch kommen, also Kurs geht auf, schönen Tag euch noch.